Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Diese Pumpen sind für den Dauerbetrieb konzipiert. Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen entsprechen der allgemeinen Normen DIN VDE 0100, T702 und T737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen. Die FIAP Aqua Active Magic Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen Die FIAP Aqua Active Cooking Die FIAP Aqua Active Die FIAP Aqua Active wenigstens obflankomsthaftes Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen